Hi! Willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Minecraft. So, okay. Weiter geht's mit diesem Durchbruch hier. Jetzt bauen wir quasi den letzten Teil des Schlosses, zumindest bauen wir in Richtung des letzten Teil des Schlosses, dass wir im Spiel tatsächlich sehen können, betreten können. Wir können von hier aus noch durch ein paar Fenster schauen, wo man so ein bisschen zumindest andeutungsweise erfährt, wie es dahinter aussieht, aber wirklich nur minimal. So, wie weit lassen wir das Ganze jetzt gehen? Wie weit wird es gehen? Darf schon ein bisschen gehen. Ich finde, so bis jetzt ist gar nicht schlecht. Machen wir noch eins weiter und dann würde ich hier mal die Fläche so ausfüllen. Warum hier die Mauern links und rechts so hoch sind und hier ist so eine Plattform, fragt mich nicht, aber ist halt so. Deswegen mache ich es auch so. Authentizität, meine Damen und Herren. Authentizität. So, jetzt müssen wir aber von der anderen Seite den Torbogen eigentlich genauso bauen. Da fallen mir gleich die Kopfhörer vom Kopf, wenn ich sowas sage. Aber das machen wir natürlich. Ähm, da fange ich gleich mal hier an mit, warum nicht den Ziegeln einfach. Das stimmt jetzt soweit. Okay. Dann die Treppen. Ah, die stimmen ja wieder nicht. Wie muss ich denn jetzt die Treppen platzieren, damit die sich nicht irgendwie, damit die nicht stur sind. Das wird problematisch. Nein, wartet mal. Dann mache ich hier eine Reihe Ziegelsteine. Dann dürfte das mit den Treppen wesentlich leichter funktionieren und nicht so doof sein. Stimmt's? Ja, gut. Pew, 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 pew. Ja, dann mache ich jetzt, dann bleibe ich jetzt mal beim Ziegel und mache die Treppen zum Schluss. Moment, hier ist aber, hier müsste er, genau. So, was? Ha. Äh. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verrückt. Ich hätte wirklich gerne, ah, manchmal ärgert mich das, dass ich das nicht nachprüfen kann. Ich hätte nämlich wirklich gerne zum Beispiel die genaue Zahl, wie viel Stunden ich insgesamt in meinem ganzen Leben Minecraft gespielt habe. Weil ich glaube, das geht auf keine Kuhhaupt mehr. Ich glaube, das sind wirklich sehr, sehr viele Stunden. Also schon Tausende wahrscheinlich. Ziemlich sicher sogar Tausende. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sogar over 9000. Nein, das glaube ich jetzt wieder nicht. Es gibt ein paar so Spiele, wo ich die Tausender-Marke geknackt haben könnte. Dazu gehören auch Kerbal Space Program. Vielleicht auch Dwarf Fortress. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wenn man da mitrechnet, dass ich das einfach mal auch nebenher laufen lasse. Mich nicht unbedingt 100% drauf konzentriere. Aber schon irgendwie so mitschaue die ganze Zeit. Weil manchmal passiert das Spiel dann auch automatisch. Und man muss Entscheidungen treffen und so. Wenn ich das mit einrechne, dann wahrscheinlich auf jeden Fall. Tausende von Stunden. Was könnte denn da noch drunter fallen? Mount & Blade. Ja, Mount & Blade könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da auch um oder über tausend Stunden zusammen habe. Auch ein geniales Spiel. Wunderschön, wie genial das Spiel ist. Wirklich cool. Und ansonsten... Was ist denn jetzt hier los? Treppen. Was macht ihr denn? Ich verstehe nicht, was die Treppen machen. Die könnten... Die könnten... Ich habe Stufen. Ja, okay, dann. Ist alles gut. Ich war gerade verwirrt. Aber sonst... Ich meine, so die Tausender-Marke ist schwierig zu knacken. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe von Leuten gehört, die zum Beispiel Fallout 4 laut eigener Aussage über tausend Stunden gespielt haben. Aber das ist schon erstaunlich lange, finde ich. Ich könnte das schon allein deswegen nicht, weil ich nicht wüsste, was ich so lange machen sollte. Ich habe... Ich meine, ich habe Fallout 4 glaube ich schon auch relativ lange gespielt. Aber... Bestimmt... Bestimmt nur ein paar hundert Stunden. Ich glaube, in 300 Stunden habe ich das Spiel dreimal komplett durchgespielt und mindestens mit einem Savegame alles gemacht, was man machen kann. ziemlich sicher, ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Insofern, aber warum nicht? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ich mache halt nicht gerne... Also, ein Spiel muss mir verdammt viel Spaß machen, dass ich Sachen gerne mehrfach mache. Es gibt ein paar so Kandidaten. Resident Evil 4, das habe ich tatsächlich sehr oft, immer und immer wieder durchgespielt. bestimmt 580 Mal oder so, circa, grob geschätzt, weil mir da einfach das Gameplay an sich so viel Spaß macht, dass ich das gerne immer und immer wieder spiele. Insofern kann ich da, da kann ich es dann doch wieder nachvollziehen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn dann jemand Fallout 4 so viel Spaß macht wie mir Resident Evil 4, dann kann ich verstehen, dass man das auch gerne mehrfach komplett spielt. Und wenn man gerne mehrfach alles macht, also alles immer und immer wieder macht, dann kommt man wahrscheinlich auch auf tausende von Stunden. Ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, meine private Spielzeit von Fallout 4 kombiniert mit den ganzen vielen, unendlich vielen Let's Plays, da könnte aber auch vielleicht sogar auf jeden Fall sehr viele hundert Stunden zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob es gleich tausend sind, aber ja, könnte schon sein. Naja, wie dem auch sei, Torbogen fertig. Mehr oder weniger fertig. Eine Sache gibt's, die ich da gerne noch machen würde. Moment. Ich muss kurz die Triforce-Banner finden. Wo habe ich denn die? Hier hängen die. Die würde ich gerne da auch noch aufhängen. Mist, kann ich die jetzt hier nicht kopieren? Oh, ups. da muss ich schauen, wo ich die herkriege. Ich dachte, ich könnte auch mit Rechtsklick einfach kopieren und ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass ich das schon auch öfter gemacht habe. Ah, jetzt, na also. Äh, Rechtsklick, nicht mit mittlerer Maustaste. Das war das Problem. Ich bin doch doof. So. Oh, da gibt's gar keine Mitte. Dann mach ich's nicht. Dann lassen wir's. Weil hier oben ist eigentlich im N64-Spiel so ein kleines Triforce-Emblem und ich hätte das jetzt gerne hier durch Fahnen angedeutet, aber ich kann's nicht zentral machen in die Mitte. Dann lass ich's einfach. Dann lassen wir's einfach. Auch wurscht. Okay. Durchgang fertig. Dann geht's jetzt Richtung Innenhof. Dann bauen wir jetzt erstmal diese Straße hier, diesen Weg hier, ein kleines bisschen weiter. Ein paar Blöcke. Vier, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. Oh. Machen wir noch ein bisschen. Müllen wir vielleicht danach mal feintunen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Kommt auch drauf an, auf dem Maßstab des Rests. So. Wartet mal, ich soll das hier vielleicht noch verkleiden, damit das irgendwie nicht so komisch aussieht. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ups. Come on. Come on. Ich werde wahnsinnig hier. Okay. Warum steht jetzt hier das 1 über? Da ist irgendwas nicht synchron. Aber wie kann das sein? Es muss synchron sein. Das steht einfach nur 1 über, weil es hier 1 weiter geht. Aber dann würde ich das der Synchronheit halber gerne hier noch um 1 reduzieren. Ach, das muss sogar so sein. Ja, dann ist ja alles wunderbar. Nee, das ist nicht wunderbar. Wartet mal, Verwirrung macht sich breit in mir. Was ist hier los? Warum ist das nicht synchron? Zwei Blöcke vom Durchgang entfernt. Da muss ich hier noch eins hin machen. Und dann wird auch das hier um 1 erweitert. Und dann kommt hier noch eine Reihe Mauer wieder weg einfach. So, dann machen wir es so. Dann passt es. Okay. Soweit, so gut. Ups, ich wollte hier eigentlich landen. Große Grasfläche. Jetzt überlege ich, was ich mache. Ich fange mit dem äußeren Rand an. Aber ich glaube, hier sollte ich anderen Stein benutzen. Helleren. Helleren. Stein. Der wird sonst, wenn ich mir das Schloss noch mal kurz auf meinem Spickzettel an sie nirgends benutzt. Das ist ein hellerer Stein. Das sind mehrere Säulen, die machen wir aus dem Stein, den wir jetzt haben. Aber für das Mauerwerk quasi, brauche ich irgendwas anderes. Irgendwas viel besseres. Diamantblöcke. Nein, das machen wir nicht. Sandstein. Ist halt schon sehr anders wieder. Also das passt nicht. Goldblöcke. Na. Ja. Ja, so glatter Sandstein kommt schon wirklich vielleicht ein bisschen hin. Ja, die Blöcke, die ich brauche, gibt es nicht. Ich weiß es eh. Ich bräuchte glatten Sandstein nur nur in in richtiger Ziegeloptik im Grunde. Ja, es kommt schon, ich weiß auch nicht, es kommt schon hin. Der hier kommt schon hin, am ehesten. Der kommt schon am ehesten hin. Den nehmen wir jetzt einfach. So, jetzt passt auf, der Innenhof ist jetzt, das ist in Minecraft wieder ein bisschen schwierig umzusetzen, der ist quasi ähm, ein, ein Sechseck. Meereck. ein Meereck. Der hat, lass mich kurz, das sieht man aus der Perspektive komisch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kanten hat der. Acht Kanten. Das hier wird eine Kante. Und die Kanten sind durch Säulen getrennt. Jetzt ist die Frage, wie groß machen wir die Kanten des Hofs? Die dürfen schon ordentlich Kantenlänge haben. Wenn ich jetzt das Tor mal um drei erweitere, was ich hiermit gerade mache, dann schaue ich mal. Uah! Und dann nehme ich das mal als Basis. Da muss ich mal nachzählen, wie viel das Tor hat. Und vielleicht wird die, die, naja, mal, mal, mal schauen. Kann man alles noch schön machen und fixen und reparieren. Aber jetzt erst mal, erst mal ausmessen quasi. Okay. Und jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf und sechs, siebzehn. Siebzehn. Eins? Nee, eins ist schon der, da zähle ich den mit. Ja, zwei quasi, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kann das stimmen? Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, das wird viel zu groß. Siebzehn. Quatsch. Das kann doch nicht sein. Das ist doch, ist das die gleiche, ist das wirklich, wirklich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, ja, elf und sechs, siebzehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Achso, der erste quasi mitgerechnet 17. Das wird schon stimmen. Und dann käme hier jetzt die Gerade mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Zu groß wäre der dann, der Hof. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe jetzt hier in der Mitte, dann ist der nicht übertrieben groß, tatsächlich, glaube ich. Na, ist schon ein bisschen, der hat schon eine Kantenlänge. Aber darf er haben? Aber darf er wirklich so viel haben? Das, das, das ist schon weit weg hier. Aber darf er haben? Doch, wenn ich mir das auch von oben so ansehe. Oder von hier so rein gucke. Ist das okay, denke ich. Machen wir weiter. Kommt mir echt ein bisschen groß vor. Aber schauen wir mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, ach, und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich bin gespannt, ob das dann synchron ist. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, zwei, drei, komm schon, vier, fünf, sechs, die Stunde der Wahrheit, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, sechzehn, und siebzehn, ist schon hier quasi, genau, dann hätten wir das, ja, ich glaube, das ist nicht mal übertrieben groß, das ist eigentlich okay, und in die ganzen Ecken, kommen quasi, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht genau, so kleine Ausbuchtungen, vielleicht einfach nur so, ja, das kommt mir nicht schlecht vor, ich glaube, so machen wir es, einfach nur drei so, Löcke, von oben bis unten, das ist quasi jetzt so, das Muster, damit man sich das vorstellen kann, perfekt, mache ich das hier dann auch, weil hier ist eh schon so viel, ja, machen wir auch, okay, der farbliche Kontrast ist zwar ein bisschen stark, aber, eigentlich, okay, okay, und das Ganze wird mindestens eins tiefer, als der Boden hier, auch das kann ich gleich mal andeuten, mindestens eins tiefer, weil hier Wasser hinkommt, dann mache ich hier auch gleich die Säule fertig, damit man hier gleich mal eine Wand so ein bisschen, ah, abstürzen, damit man hier gleich mal eine Wand so ein bisschen als Vergleichswert hat, also als Schablone, also als, ja, ja, ihr wisst schon, als Schau mal, so sieht das dann aus, wenn es fertig ist, quasi, jetzt frage ich mich gerade zum Beispiel, ob die Säule nicht doch noch ein bisschen mehr rausstehen muss, aber ich mache mal noch ein bisschen was, ein paar Wände, Moment, haben wir gleich, ah, man bewegt sich so schwammig, wenn man fliegt, das ist schrecklich, Piu, Piu, okay, die Säulen, sollte die mehr rausstehen? Irgendwie vielleicht schon, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll, dass die mehr hervorsticht, außer vielleicht gleich, mit dem Brecheisen hier, so super dick, aber das ist dann fast schon wieder zu krass, glaube ich, glaube ich, nee, das ist zu krass, das machen wir nicht, aber mich stört, dass das hier so übergeht, einfach nur, ne, dass hier kein, kein Abstand ist, aber so sieht es auch bescheuert aus, das macht es nicht besser, ja, dann lassen wir es so, ist schon okay, ja, ich weiß wirklich nicht genau, was wir sonst machen sollen, deswegen lasse ich es jetzt erstmal so, und das ist dann auch gut so, und Schluss, dann will ich nichts mehr hören, okay, coolio, na gut Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss, jetzt haben wir hier eine coole Schablone, jetzt müssen wir schauen, dass wenn dann hier alles fertig ist, quasi ein gewisser Abstand Wassergraben besteht, und dann kommt in der Mitte so eine Plattform, okay, und dann da vorne die Treppe zu dem Fenster, und dann wird alles gut, ja, ich kann es mir schon vorstellen, cool, na gut Leute, danke fürs Zusehen, und bis morgen hoffentlich.